Die Gemeinde Flums ist jetzt eine Stadt, eine Energiestadt. Der Energiestadtpräsident, also der Gemeinspräsident, meine ich natürlich, Christoph Gull, ist stolz darauf. Staatsmännisch hat er viele Besucherinnen und Besucher begrüsst, einheimische, aber auch solche auswärts. 46 Jahre nach dem Gold der Meiternadung, Zappero, jetzt eine Auszeichnung für Flums, wo der Regierungsrat Marc Mechler auf olympische Gedanken gebracht hat. Am 9. Februar startet in Südkorea die olympische Winterspiele. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Alle vier Jahre treten die Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt gegeneinander an. Und was am Schluss zählt, neben dem Mitmachen, da müssen wir uns auch selbstverständlich immer wieder erinnern, sind am Schluss Siege und aber auch Medaillen. Auch Gemeinde Flums hat nach einer intensiven Vorbereitungszeit sozusagen an einem harten Training und dann an einem erfolgreichen Audit, also dem Wettkampf mit der heutigen Übergabe vom Energiestadt-Label, einen Siegerungen oder eben eine Medaille, wobei die Medaille hier in Form von einem Zertifikat ist. Zu diesem Erfolg gratuliere ich allen Involvierten ganz persönlich, aber sicherlich auch im Namen der St. Galler Regierung. Und es ist eine Freude, dass Flums da jetzt auch dabei ist. In vier Jahren, also genau im Rhythmus des olympischen Spiele, wird die Label-Kommission dann prüfen, welche Fortschritte Flums gemacht hat. Wie auch Athletinnen und Athleten, muss Flums in vier Jahren am Tag X wieder zeigen, dass sie hart an sich gearbeitet hat, Leistung erbracht hat und sich auch weitergebracht hat auf dem Thema. Also Sie sehen, Energiestadt zu werden ist nicht etwas zum Ausrufen, aber es ist etwas, was wir in Zukunft investieren dürfen und miteinander das Ziel dann auch erreichen. Und ich bin überzeugt, wie gut, dass Sie jetzt auch abgeschnitten haben, dass Sie das sicherlich auch in vier Jahren mit Ihrem Durchhaltevermögen dann werden erreichen. Und ich wünsche Ihnen bereits auf dem Weg von den nächsten vier Jahren viel Glück. Hier liegt Marc Mechler goldrichtig. Nicht nur sportlich war Flums auf den Goldkurs und immer in der Rhythmus auf den Goldkurs. Der Ehrgeiz hat man sicher auch in Sachen Energie. Der Grossaufmarsch und das Interesse der Bevölkerung, die Unterstützung für das Anliegen und den Einsatz der Gemeinde hat es gezeigt. Für Christoph Gull ist die Vorbildfunktion der Gemeinde enorm wichtig. Eine Vorbildrolle, die auch für unsere Bevölkerung sensibilisierend wirken soll, dass man sich eben auch gedanklich und dann auch aktiv mit diesen Themen auseinandersetzt und natürlich auch für unsere Bevölkerung unterstützend letztlich sich auswirken, wenn aus der Bevölkerung aus und im privaten Bereich eben auch entsprechende Projekte geplant sind und dann angestossen werden. Dann zweifellos sollen die Aktivitäten und letztlich auch das Energiestadt-Label einen Beitrag auch zum Image der Gemeinde Flums beitragen als moderne, als zukunftsgerichtete und vor allem als verantwortungsvolle Gemeinde. Nicht zuletzt darum hat eben der Gemeinderat von Anfang an nicht gesagt, das Ziel ist, dass wir das Label möglichst schnell haben, sondern das Label, das sollte eigentlich, ich sage jetzt so ein bisschen ein Nebenprodukt sein von den Hauptaktivitäten. Im Zentrum soll es darum gehen, dass man sich seriös und ernsthaft auseinandersetzt mit diesen Themen Ökologie und Energieeffizienz. Dass man Diskussionen und auch Auseinandersetzungen führt und sich mit der Frage beschäftigt, was ist der Beitrag, den die Gemeinde Flums konkret da kann leisten. Das ist dem Gemeinderat das Anliegen gewesen und das ist im Vordergrund gestanden und eigentlich nicht möglichst schnell das Label zu erreichen. Obwohl wir uns natürlich sehr darüber freuen, dass es jetzt so weit ist. Was sind die wichtigsten Meilensteine gewesen jetzt auf dem Weg bis zum Energiestadt-Label? Es hat sicher angefangen und ich meine das ist der erste Meilensteine gewesen, dass der Gemeinderat sich mit diesen Themen auseinandersetzt hat und letztlich den Beschluss gefasst hat, jawohl, wir treten dem Verein Energiestadt bei und wir wollen das Label erlangen. Dann ist es darum gegangen, dass man auch intern in unserer Verwaltung personelle Voraussetzungen arbeitet, wo nachher auch ein erfolgreiches Projekt gewährleisten könnte. Und das haben wir gemacht mit der Schaffung von einer neuen Stelle Immobilienbewirtschaftung. Wir haben vor rund zwei Jahren den Rolf Gadiant eingestellt für die Besetzung von dieser Stelle und wir haben an dieser Stelle auch die interne Projektleitung von diesem Energiestadtprojekt angesiedelt. Dann sind wir begleitet und beraten worden von einer externen Firma. Das war Amstein und Walter von Zürich und in Person hat uns Matthias Schlegel sehr umsichtig und kompetent durch den Prozess durchgeführt. Der wichtigste Meilenstein aus meiner Sicht war die Bildung von einer Energiekommission. Ich werde es Ihnen nachher noch vorstellen, weil in dieser Energiekommission sind die meisten Diskussionen geführt worden, die meisten Aktivitäten letztlich geplant und dann auch umgesetzt worden. Als weiteren wichtigen Meilenstein erachte ich die Erarbeitung und dann auch die Verabschiedung von einem Energiekonzept, der eigentlich ein bisschen den Rahmen gebildet hat und weiterhin werden bilden, den Rahmen für die Aktivitäten und die Massnahmen, die man in der Energiekommission bearbeitet. Sie haben es vielleicht geachtet bei mir es ist ein Tisch aufgestellt mit Dokumenten, mit Unterlagen darauf bedienen sie sich doch vor dem Heingehen unter anderem ist auch eine Zusammenfassung von diesem Energiekonzept dort aufgelegt. Ganz kurzen Blick auf die konkreten Massnahmen die uns beschäftigt haben und auf die wichtigsten Schwerpunkte im Zusammenhang mit den Energiestadtmassnahmen die uns in 2018 also in diesem Jahr beschäftigen. Sie werden sehen, es ist eine ganze Palette, ein ganzer Strauss von verschiedenen Themen und Massnahmen die wir uns auseinandersetzen damit. Beispielsweise der Masterplan Mobilitäts- und Verkehrsplanung also da geht es darum, wie wir Mobilität von unserer Bevölkerung planen und letztlich auch unterstützen mit hoffentlich ein paar moderne innovativen Ideen die hier umgesetzt werden. Dann geht es natürlich auch darum, dass wir im Rahmen dieser Energiestadtaktivitäten unsere eigenen Liegenschaften auf Vordermann bringen, vor allem auch energetisch sanieren. Konkret wird im 2018 der Oberstufen Mitteltrakt saniert, sofern dann die Bevölkerung an der Urnenabstimmung circa Mitte Jahr zustimmen. Ich zweifle nicht daran. Bei dem Mitteltrakt, was das Vorprojekt und das Bauprojekt im 2017 bereits zurückgeführt wurden, sind eben die Kriterien von dem Gebäudestandard, den der Gemeinderat ebenfalls verabschiedet hat im Rahmen von Energiestadt, sind dort eingeflossen. Man ist auch daran, in der Energiekommission ein Förderprogramm zu konzipieren, ein Förderprogramm für Massnahmen zur Energieeffizienz und vor allem zur Förderung von erneuerbaren Energien. Dort wollen wir einen Schwerpunkt legen, bei lokal produzierter erneuerbarer Energie. Energieeffizienz Es sollte möglich sein, indem wir fördern, dass die lokale Wertschöpfung verstärkt werden kann und die Abhängigkeit vom Ausland reduziert werden. Sie gehören wahrscheinlich die Zielsetzungen nicht zum ersten Mal, dass das Energiestadtprojekt und die entsprechenden Ziele, die Gemeinde Flums in diesem Zusammenhang formuliert haben. Sie sind unmittelbar abgestimmt mit den kantonalen Massnahmen und Aktivitäten und natürlich auch mit der nationalen Energiestrategie, die letztes Jahr von der Bevölkerung beschlossen wurde. Dann geht es noch weiter. Es geht um einen Massenplan Fernwärme. Wir haben bereits realisierte interessante Fernwärmeprojekte in der Gemeinde Flums. Da geht es darum zu schauen, was gibt es für Weiterentwicklungspotenzial. Wir müssen aber auch Schulungsaktivitäten durchführen bei unseren eigenen Mitarbeitenden. Konkret ist eine Schulung geplant, die stattfinden wird für die Schulhauswarte. Es wird weitere Informationsveranstaltungen geben für unsere Bevölkerung. Auch dort ist schon angedienkt. Es gibt auch eine innovative Idee, die wir uns im Moment in der Energiekommission damit beschäftigen. Die Planung und die Realisierung eines sogenannten Energieweges. Ein Energieweg, den wir eigentlich darstellen, dass die Geschichte der Gemeinde Flums mit den Themen Energie sehr stark verknüpft ist. Ich glaube, das ist auch bei diesen Führungen, vor allem bei der Besichtigung der Turbine, deutlich zum Ausdruck gekommen. Unter anderem sind ja auch die Gebrüder Spöri vor rund 150 Jahren nach Flums gekommen, weil wir die Wasserkraft nutzen konnten. In diesem Zusammenhang wurde die Baumwollspinnerei Spöri aufgebaut. Kein leeren Wort. Da steckt Engagement dahinter. und das hat man anschaulich gerade auch an zwei Standorte gezeigt und das von der Labelverleihung. Rolf Gadient, der Immobilienbewirtschaftler, hat die grosse Scharfe Interessierte in zwei Gruppen einteilt. In der Tat ein eindrückliches Beispiel vom Zusammenwirken von unweltfreundlicher Energiegewinnung und der gewerblichen Nutzung. Ein anschauliches Beispiel der Entwicklung im Energiebereich in den letzten Jahren. Zuerst sind wir in zentralen Velsen Begröße ich recht herzlich im Namen der Ewe Schilz AG. Wir befinden uns hier in der zentralen Velsen. Mein Name ist Markus Bleisch. Ich bin der Detach-Meister für Anlage, für Betrieb und Unterhalt für einen Kraftwerkspark. Die zentralen Velsen ist eine von fünf zentralen die wir betreiben. Ich möchte euch kurz einen geschichtlichen Ablauf der ganzen Ewe Schilz oder Spöri Präsentieren. Das Kraftwerkspark Spöri sind 1980 haben in Brugwiti den Wald gerodet und den Weier gebaut für die Transmission Antriebe für die Spinnmaschine damit der Abfluss konstanter ist. Der Bach brauchte individuell Wasser und mit dem Weier besser dosieren über Tag Tour. Die Gewerbungsitzer des Dorfbaches , die auch noch da sind, hatten schon Angst um Wasser und weniger Wasser hat. Sie betrieben unter der Brug eine Wasserfassung betrieben. Man hat 1899 eine Einigung gefunden, damit die Spöri zu schlicht und weiterhin das Wasser nimmt. Zuerst die Brüseanlage und dann in Dorfbach hinein. Damit die Gemeinde dazugestimmt, mussten zwei Strassenprojekte übernehmen. Zum einen ist die Strasse von hier in Brugwiti entstanden und von hier in Kleiberg Richtung Bravi ziehen. Das haben Spöri damals gemacht, damit sie die Schilds nutzen durften. 1922 gab es die ersten Energielieferverträge abgeschlossen. Wir hatten zu viel Strom. mit der Weberei und Wasserwerk EW Wallenstadt eine Einigung finden, dass die Überschussenergie, die die Spöri produziert hat, abgenommen. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges ist der Export der Carbide gezeimlich und den Überschussstrom wieder abtragen. Und da konnte man mit der EWZ Zürich ein Einigung finden. Und 1940 hat man dann Brabizine mit der Albulanleitung verbunden und einspeisen. Wie vorhin gesagt, hier haben wir ein Bild von der Fassi Gäueli. Die ist 1942 in Betrieb genommen und die vierte Zentrale. Hier sieht man eine Seiteneinlaufwehr, in der das Hauptwasser gerade ausging. Dann hat man im Bachhaus eine Konstruktion gemacht, eine Rigolen gemacht, damit das Wasser, in diesem Fall 400 Liter, in das Wehr reingegangen ist und nachher auf die Druckleitung raus in die Zentrale Provizie nahe. Hier sehen wir die Druckleitung, die damals gebaut ist. Jetzt geht sie noch weiter. Dort ein Gacher ganz oben links ging in Proguiti hinter und unter dieser Böschung hat man die Leitung gefasst und mit dem Öl verbunden. Man musste zudem durch die Gacher noch einen Stollen bauen, etwa 300 Meter lang und hat die Leitung hinten genommen auf die Fasserfassung, die wir vorne sahen. Und dann geht sie hier oberirdisch durch das Schilstaubel füllen. Hier hat es noch nicht so viele Bäume gehabt, deshalb hat man es so gemacht. Heute wenn man hinter geht, sind überall Stauden und Bäume. 1987 war ein schwarzes Jahr für die Spöri. Dann gab es in Provezin ein Generatorenbrand. Es gab drei Generatoren kaputt. und das war die Initialzündung für eine komplette Sanierung aller Anlagen. Das konnte man 1994 abschliessen. Ab 1990 verhandelte mit dem Kanton, damit man das Wasser immer noch weiter nutzen konnte. 2001 stellte man die Fassung. Früher war es wie unten im Eulien ein Seiteneinlaufwehr. 2001 war ein Tirolerwehr. Dort vorne kommt der Bach auf das Wehr und kam ein Rächen, welches man sieht, den Stäb, kommt ins Wasser hinein und geht dann ins System, in Weir. Mit dem Fassungsneubau hat die Spöri geschrieben ökologisch Strom produzieren und man konnte 2007 das Label Nature Made Star erreichen. Einfach so Naturprojekte müssen mit dem finanziert werden. Hier sehen wir einzelne Projekte. Unten links ist Paschka in Paschka unten hat man mit einem Teil des Geldes reaktiviert für Unken und das Kleidertier. Man hat in Sorgans gegessen, das ist in der Mitte, die gegessen wieder mitfinanziert, damit die wieder geöffnet wurden. Das ist dort, wo das Bächli durchkommt, mit den Haufen Bäumen links. innen rechts. Wallenstatt ist unten rechts. Dort ist wir im Projekt Bärschenerbach mitfinanzieren. Dort ist der Grütigstreifen, weil wir Bärschenerbach revitalisieren. mitfinanzieren mit dem EWZ, der auch einen Betrag besprochen hat, um die Revitalisierung von Bärschenerbach stattzufinden. Darum konnten wir in der Hochwiese ein Projekt finanzieren, Polywiese. Dort haben wir auch das unterstützt. Das ist dort die Landkarte, das Raukreischen oben Hagerbach, wo es dort Heckenen und Verpögel und dann ein bisschen das Bächli etc. Darum haben wir das unterstützt. Unser Anspruch ist eigentlich, dass wir Wasserkraft, Wasserprojekte unterstützen, nicht so Trockenmauern. Wir gewöhnen unsere Energie aus Wasser und wollen das auch in Wasserprojekte investieren. Gleichzeitig haben wir auch die Schule Flums mehrheitlich unterstützt mit Aquaviva. Das ist ein Projekt, in dem die Lehrer mit der Schulklasse am Bächli kommen. Dann kommen Utensilien rüber, um die EDR zu untersuchen und feststellen. Da haben wir immer einen Betrag gesprochen, dass die Schüler am Bächli es muss vom Lehrer auskommen. So wurde das initialisiert, aber das Ziel ist, dass die Kinder einen Bezug bekommen und dann sehen, was in der Mächli alles lebt. Das sind Projekte, die wir unterstützt sind mit dem Nature Med Star Fonds. 2009 wurde die Spinnerei bekanntlich geschlossen. Dann gab es eine Aufspaltung von zwei Betriebsgesellschaften. Einerseits Dinobass und die Spöri 1866, die der Spinnerei Betrieb noch weiter hineinführt. Die anstehenden Investitionen, Kraftwerke, mussten wir sanieren, weiterbringen. Die Liegenschaften der Spinnerei mussten weiterentwickeln. Dann Dinobass 13 entschlossen, die Kraftwerksanlagen zu verkaufen. 14 ist der Verkauf über die Bühne gegangen und deshalb hat der Zuschlag bekommen. Dann kommen wir zu den technischen Sachen. Wir haben wie vorhin gesagt vier, fünf Zentralen. Die Stufe Brugwiti bis Bravizin kann Wasser von 1865 Liter verarbeiten. Mit diesem Wasser können wir 23 Millionen Kilowattstunden Energie produzieren. Nur am Standort Bravizin oben. Dann haben wir die Stufe Neuli, die auch Leitung ins Bravizin geht. Dort haben wir 400 Liter Wasser zur Verfügung. Im Jahr können wir rund 3,5 Millionen Kilowattstunden Energie machen. Die Höhen Differenzen und die Leistungen der Maschine. In Brugwiti haben wir über 5'000 Kilowatt installierte Leistungen mit solchen Turbinen. Im Öl ist es 700 Kilowatt Maschine. Im Bravizin Felsen ist es wo wir jetzt sind. Diese Maschine hat einen Durchschluss von 1200 Liter in der Leistung bringen von 1400 Kilowatt und macht im Jahr etwa 7.7 Kilowattstunden Kilowattstunden. Das neue Sagengüttel auf der anderen Strasseite ist die Frenzis Turbine drin. Die braucht 1000 Liter in der Sekunde und kann 1200 Kilowatt Leistung bringen und 4 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Das Sagengüttel ist schon die letzte Maschine. Das ist die kleinste Maschine. Die hat einen grossen Durchfluss. Das ist eine Art Rohr-Turbine, die da drin ist. Die nimmt alles Wasser zusammen. Wir haben hier vom Öli, vom Brugwit, die gehen in Pravezin in ein grosses Becken. Dann kommen sie separat runter auf den Felsen und gehen auf die andere Strasseite. Dort hat es wieder ein Ausgleichsbecken. Und nachher geht es auf die letzte Altsagegüttel. Das ganze Wasser verarbeitet. Und er macht noch 480.000 Kilowattstunden im Jahr. Insgesamt haben wir eine Durchschnittsproduktion von 39 Millionen Kilowattstunden. Wenn man das umrechnet, als Vergleich mit einem Einfamilienhäuschen mit vier Personen, geht man davon aus, 4.000 bis 600 Kilowattstunden Strom brauchen diese. Nur für elektrische, ohne Warmwasseraufbereitung. Und das gibt etwa 1.000 Einfamilienhäuschen, die wir bedienen. Bei meinen Laufenden vielleicht sehen, drei Exponate habe ich angelegt. Das eine ist ein Becher von einer Pelton-Turbine, der das Wasser einspritzt. Das andere ist ein Düse. Das ist der Notleerkopf, den ihr gesehen habt. Mit dem regulieren wir bei einer Pelton-Turbine den Wasserstrahl und die Leistung. Und das dritte Explorat ist ein Rädchen für den Franzis. Die Schalterlage, die ihr hinten gesehen habt, mit den Zeigern. Heute haben wir bis 1985 die Generatoren synchronisiert. Heute macht das eine moderne SPS, die die Drehzahl abmisst, die Prequenz misst vom Netz und das synchronisiert. Das schalte mit dunkel Schaltung, wenn es nicht mehr flackert, oder es dunkel ist, dann konnte man den Schalter rein drücken. Das hat man an dieser Wand hinten gemacht. Heute ist nicht mehr vor Ort. Heute lasst du die SPS laufen, starten und irgendwann ist ich am Netz. Dann kann die Leistung auf- und runterfahren. die Technik geht voran, anschaulich zu zeigen. Im Moment plant man übrigens, die Standorte von jetzt 5 auf 3 zu reduzieren und rund 18% mehr Energie zu gewinnen. Es läuft als etwas im Energiebereich. Weiter gegangen ist es dann zu der Holzschnitzelheizung. Rohstoffe aus den eigenen Wäldern, ein Verbundnetz. Wer anders als der Revierförscher hätte das anschaulicher rüberbringen können? Das ist der Schnitzel, der uns der Schneck bescheidet und schlussendlich den Ofen füttert. Ein Wunderwerk der Technik, so eine Holzschnitzelheizung, nicht? Und eben den Rohstoff, der bei uns wächst und auch nachwächst. Das wird dann eben zur Energie. Der wirtschaftliche und ökologische Umgang mit der Energie ist eben nicht immer so einfach, nein eben genauso kompliziert und komplex wie diese Anlage hier. Das Energiestadt-Label ist darum mehr als nur eine Image-Stäfele am Ortsschild. Das Energiestadt-Label ist deutlich mehr als nur ein Schild bei Orts-Einfahrt. Es ist eine Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Es ist einer von unseren besten Exportschlager. Die Energie-Stadt ist stark beteiligt in der Gründung des European Energy Award. Der EEA ist ein Zertifizierungs-Label, das Nachhaltigkeit in Energie- und Umweltpolitik der Kommunen zertifiziert. Es ist in Europa relativ weit verbreitet. Inzwischen gibt es schon über 1400 Kommunen, die unter das Label Fallen. Es ist in den verschiedenen Ländern und unterschiedliche Namen in die nationale und regionale Energiepolitik integriert. So ist es beispielsweise unter dem Namen E5 in Österreich und Vorarlberg bekannt oder unter dem Namen Seidenerci in Frankreich. Und flumse ist jetzt eben Energiestadt. Ist europäisch? Ist Stine in der Familie, die sich weltweit klar dazu bekennt, mit Energie optimal wirtschaftlich wie ökologisch umzugehen.